Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem, The Binding Blade. Endlich geht's mal weiter. Ich hab leider momentan ein bisschen viel um die Ohren, aber ab nächste Woche sollte es dann hoffentlich wieder besser werden. So, Mitte nächster Woche geht's dann hoffentlich wieder voll in die Vollen. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir waren dabei stehen geblieben, den da zu baiten. Er wollte sich nicht baiten lassen, das heißt, wir müssen uns da ran pürschen. Und Roy wird gleich mit zusprechen, die ist nämlich, ähm, da drin. Da haben wir sie schon. Und Sue ist eine Nomaden. Das ist ziemlich cool. Das macht sie automatisch besser als Volt, obwohl sie auf Level 1 ist. Sie hat zwar auch das Problem, dass sie, oh, wir sehen den Waffen gar nicht. Interessant. Naja, jedenfalls, sie hat zwar auch das Problem, dass sie nur Bögen führen kann. Nach der Promotion kriegt sie aber noch Schwerter dazu, was ziemlich cool ist. Bei Volt ist es nämlich so als Schütze, er kriegt nichts dazu. Er kann weiterhin nur Bögen führen. Dazu kommt auch noch, dass sie auf dem Pferd sitzt. Das heißt, sie hat eine automatisch bessere Bewegung. Das heißt, sie hat jetzt hier 7. Ich glaub, Volt hat 5. Hat er 5? Er müsste 5 haben. Ja, 5. Nach der Promotion hat er 6, sie hat 8. Ist halt schon ein kleiner Unterschied. Ja, wir können die beiden leider noch nicht vergleichen. Ja, müssen wir dann halt warten, bis wir sie, ich wollte gerade sagen, adoptiert haben. Und halt, Volt hat die Eis-Affilität. Die ist nicht so gut. Ich weiß gar nicht, was Sue hat. Sue hat Wind. Es müsste ja ausweichen und Angriff geben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Zumal sie später sowieso recht dodgy sein wird. Kümmern wir uns jetzt erstmal um den da. Ich glaub, das kann Shanna erledigen, oder? Ah, sie doppelt den nicht. Das ist ein bisschen doof. Wer hat eigentlich die beste Resistenz? Sue hat 6. Und 8. Okay, das ist ein kleiner Unterschied. Zum Angriff, Luke. Können wir hochziehen. Ich glaub nicht, dass da vorne unten so irgendwas kommt. Sonst könnt ihr dann mal langsam hinterherkommen. Ja, sie haut ab. Sehr gut. Na toll, Roy braucht noch eine Runde länger. Wir räumen hier erstmal auf. Naja, du kannst eh nicht doppeln. Oh, du kannst doppeln. Never mind. Dann greifen wir nochmal an. So, ist jetzt voll loose. Große Stunde. Halt. Kev wird ja weiter weglaufen. Die beiden kommen nicht an ihn ran. Und er wird auf seinem Thron sitzen bleiben. Das heißt, er muss sich nur mit den Magiern hier anlegen. Der kommt auch noch nicht ran. Das heißt, er hier müsste gleich angreifen. Weil ein Loon seiner Reichweite steht. Und er hier halt sowieso. Braucht ihr irgendwann hier? Ja, halt ganz schön, wenn wir Clary noch ein paar EP geben könnten. Sieht nicht so aus. Ihr zwei seid ja sowieso fast die ganze Zeit AFK. Aber die werden gleich noch zu tun haben, wenn wir uns hier mit den restlichen... Oh, da kommt doch welche nach. Gut, dass wir die da weggebewegt haben. Dann müssen wir uns gleich noch um die kümmern. Aber dafür müssen wir halt auch erstmal hier die Magier wegkriegen, dass wir halt gleich die Flanke wechseln können. Nicht, dass die uns in den Rücken fallen, das wäre halt mega blöd. Nein, der ist halt auch wieder diese Kombination... Oh, er kommt da doch ran. Naja, er macht halt keinen Schaden. Das ist halt diese Kombination von einem gepanzerten... Also von einem Ritter und einem Magier wieder mit dabei. Oh, schön. Sein Wappellevel hat sich erhöht. Naja, das sollten die zwei... Also halt, Lou und Shanna sollten das eigentlich vielleicht ganz gut hinkriegen. Aber erstmal... Level up für Lou. Hm, Magie und Geschwindigkeit. Nice. Leb wohl, Kev. Hi. Wer seid ihr? Was macht eine Frau hier? Gehört ihr nicht zum Schloss? Mein Name ist Roy. Wer seid ihr? Ich bin's zu. Seid ihr für den Lärm draußen verantwortlich? Lärm? Der Lärm einer Schlacht. Oh, ich schätze schon. Wir kämpfen gegen die Schlosswachen. Es ist eine lange Geschichte. Verstehe, da trete ich euch bei. Was habt ihr vor? Warum? Die Soldaten dieses Schlosses taten mir Unrecht. Wie? Was meint ihr damit? Bitte gebt mir einen Bogen. Ich kämpfe mit euch. Ja, gut, dass wir schon einen eingepackt haben. In weiser Voraussicht. So, sie ist bereit für den Kampf. Sie ist zwar nur auf Level 1, aber sie hat halt das Problem, sie ist auf Level 1 und hat halt nur die Player Phase zur Verfügung. Das ist halt schon ein bisschen doof für sie. Sie hat Waffen-Level D. Jetzt können wir sie auch endlich mit Volt vergleichen. Sind sie klassentechnisch nebeneinander? Ja. Gut, man muss bedenken, Volt ist halt ein bisschen höher. Aber Sue hat schon den gleichen Angriff. Was bedeutet, ich nehme mir mal jetzt nicht an, dass sie halt in drei Level Ups drei Stärkepunkte kriegt, aber halt wenn sie halt in der gesamten Zahl, also halt in drei Level mindestens einen Punkt kriegt, ist sie da schon höher. Fähigkeit hat sie tatsächlich schon mehr. Sie ist halt auch noch schneller als er, was bedeutet, dass sie halt auch noch doppeln kann. Alter. Volt ist ja richtig schlecht im Vergleich zu Sue. Er hat keinen Wert besser. Und sie ist ein paar Level tiefer. Und wir hätten jetzt jetzt nicht so das Pech mit ihm. Alter. Okay, KP hat er mehr. Aber halt davon abgesehen, KP wird er auch mehr behalten. So, selbst wenn sie jetzt, sie will ich jetzt wahrscheinlich nicht drei Level Ups kriegen. Das würde mich doch arg wundern. Also halt, Volt ist halt in allen Belangen schneller. Es gibt nichts, was das wirklich, was ihn da wirklich raushebt. Das ist mal echt mies für ihn. So, mal hier pieken. Gut, dann müssen wir uns mal... Wie gesagt, die hier machen uns erstmal keine Sorgen. Die bleiben da erstmal stehen. Wobei, er könnte sich halt leicht bewegen, weil Shanna in seiner Reichweite steht. Aber das sollte dann auch nicht so das Ding sein. So, erstmal nochmal heilen. Das wird Ewigkeiten dauern, bis sie hochgelevelt ist. Okay. Den Magier könnten wir rein theoretisch schon mit was baiten. Das hätte ich eher sehen sollen. Wir hätten Lou hier gleich hinstellen können. Hätten wir einen safen Bait gehabt. Er hat neue Resistenz, wow. Was hat er für einen Angriff? Sieben, okay. Sieben Schaden. Vier zu... Acht. Lance, kannst du doppeln? Ich kann schön mir Lance dahin. So, ist ja schon mal angeschwächt. Hier machen wir noch nicht auf, hier an den Seiten. Da warten wir noch. Ich will erstmal die Verstärkung weghaben. So, Saul ist auch da. Gut, unsere Einheiten sind ziemlich dicht zusammen. Na? Schön. Also wir gehen nämlich gleich los. Der wird jetzt keine Probleme machen. So, Su, wie schlägst du dich gegen den Bogenschützen? Na, gar nicht mal so schlecht. Du hast eine Eisenlanze, Eisenlanze, Stahlanze. Okay, der hier hat einen Langschwein. Da müssen wir ein bisschen drauf passen. Wow, für die reicht's ja schon fast. Na gut, Volt würde jetzt ja auf sich so weit zurückfallen. Also da machen die zwei Speedpunkte tatsächlich keinen Unterschied. Ich glaube, der Unterschied zwischen den beiden ist die Konstitution, ne? Sie hat fünf und er hat sieben. Ja, er hat mehr Konstitution. Aber halt, der Unterschied ist halt, Su hat halt mehr Speed. Das heißt, sie kann halt das Waffengewicht so wieder ausgleichen. Oh, wir haben bei ihr das Ding noch gar nicht angestellt. So, jetzt retten wir sie einfach. Wir wissen halt, wenn wir Shanna dahin schauen, wollen den Bogenschützenfeuer besiegen. Ey, dann kann die nicht doppeln, ne? Oh, der hatte sogar einen Stahlbogen. Ich wünschte, wir hätten einen Stahlbogen. Tatsächlich könnte Su tatsächlich einen Stahlbogen führen. Sie hätte ja schon D. Sehr schön. Und Level Up for Weight. Naja, immer eine Verteiligung für den Kämpfer gar nicht mal so übel. Melinus geht mal da weg, der ist gerade ein bisschen im Weg. Su hat ja noch Falle K.P., ne? Die muss nicht geheilt werden. Ja. Dann hat sie... Ja, komm, das machen wir. Der Ritter da wird keine 20 K.P. Schaden auf sie machen. Naja, ich hätte gerne Su bereit, dass sie halt sich noch einen Kill nehmen kann. Absetzen. So. Natürlich trifft er mit 32. Gucken, ob Su sich den Kill snacken kann. Naja, also bis sie sich den Kill snacken kann, dauert es eine Weile. Sie macht zwei Schaden auf den. Kriegen wir den auf zwei runter irgendwie? Wir kriegen ihn auf eins runter. Ist ja noch besser. Alter, er trifft zweimal mit 32. Das will ich auch mal haben. So. Oh, wir müssen ja mal noch ihre Kampfanimation einstellen. Äh, nein. Das war der falsche. Da. Und du kannst... So. Was will du nicht denn hier? Ach, Lance brauchte den. So, um die Verstärkung haben wir uns gekümmert. Wow. Gut, dann können wir uns nächste Runde dann hier langsam um die Häuslichkeiten kümmern. Schauen wir mal nach, was sich hinter dieser Tür befindet. Sehr viele... Soldaten. Hat hier irgendwer den Langsperr? Nö, die haben alle Eisenhands und er hat Donner. Das sind zehn. Das wollte er lieber nicht machen. Ja, das sind sechs. Das sind sechs. Statt, dass wir hier nicht rankommen. Das müsste er entpacken. Er ist ja auch in der Reichweite von seinem Supportpartner. Und er kriegt einen Level. Vielleicht kriegt er ja einen Resistenzpunkt. Wer weiß. Das wäre halt schon ganz cool. Nö, er kriegt nur KP. Er macht neun. Also wir können halt flat neun abziehen. Ja, das schaffen sie. Das schaffen wir doch nicht, den zu besiegen. Gucken, vielleicht bleibt hier noch was für Sue übrig. Die müssen wir halt leider ein bisschen babysetten, wenn wir sie trainieren wollen. Aber sie wird später sicherlich uns das vergelten. Hoffentlich. Chat hat 17. Okay, das ist unmöglich, dass Zählen doppelt. Ich lass Chat da mit Absicht stehen. Vielleicht geht der Magier hier dann auf Chat und stellt sich dann hier vor Lance. Dann kann der hier nämlich nicht Lance angreifen. Na, er geht. Er zieht vorher. Natürlich trifft er. Okay, der Magier wird halt auf keinen Fall 15 Schadenspunkte machen. Das haben wir ja schon geklärt. Oh, macht er neun? Naja, stimmt, wir haben gesagt, er macht neun. Das haben wir vorher geklärt. Stimmt, 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 mein Fehler. Da fehlen zwei. Verdammt, hört auf, ihn zu besiegen. Ihr sollt ihn nicht besiegen. Wie soll man denn so EP-Fieden? Mindestens damit das Feuer jetzt aufgebraucht. So, jetzt muss ich nur treffen. Geht doch, perfekt. Schön, Verteidigung und KP. Das kann sie natürlich immer gut gebrauchen. So, hier haben wir sieben. Acht. Na, verdammt. Oh, das ist gut. Das Eisenschwert raus. Hat Lance so viel mehr als Angriff? Kurz gucken. Weil es sind ein Level mehr auseinander. Alan hat zwei KP-Punkte mehr. Oh ja. Zwei Geschwindigkeitspunkte. Aber gut, dafür hat Lance zwei Speed-Punkte mehr. Was halt ganz praktisch ist, weil er halt höchstwahrscheinlich einmal doppeln kann. Und dann müssen wir seine Stärke quasi mal zwei nehmen, weil er greift ja zweimal an. Das ist schon ein kleiner Unterschied mit diesen zwei Punkten. Und Verteidigung hat er mehr. Und Glück hat er auch mehr. Ist ja interessant. Wie sieht es bei den Waffen-Leveln aus? Du hast EC, wie EC-Karte, und du hast ED. Ist ja interessant. Ja. Wie viel Verteidigung hat er? Er hat zehn Verteidigungen. Oh, wir haben Alan und Roy als Unterstützungsgespräch. Ist Void. Void? Da hinten ist der Ganze. Da hilft er uns nicht viel. Tja, dann machen wir es eben anders. Wir kritten ihn einfach rum. Das war zwar nicht der Plan, aber gut, nehme ich. Eigentlich wollte ich sie jetzt angreifen lassen, dann hätte ich Lance die Waffen weggenommen. Dann hätte sie den Kill nämlich so auch gekriegt. So, der Raum ist sauber. Das heißt, Chad kann da hin und die Truhe leer machen. Wir müssen halt ein bisschen auf den Warten, weil wir, glaube ich, keinen Turschlüssel haben. Und Chad braucht auch einen Heal. Wäre halt blöd, wenn der nochmal getroffen wird. Aber halt, bis wir soweit sind, können wir die Zeit nutzen und uns kurz ein bisschen heilen. Ja, Alan braucht halt auch einen Heal. Und Clarine hat viel zu tun. Oh, schön, Öffnerstab. Damit kann sie nochmal EP generieren. Was hat denn der? Hat der C? Ja, D. Sehr schön, das müsste sie schon haben. Ja, D hat sie. Das heißt, Clarine kann gleich beim Türen öffnen helfen. Und Clarine kriegt dabei EP. Besonders wichtig. Hm, die können wir nicht baiten, ne? Halt so, dann werden die halt schon mal weg. Das wäre halt ziemlich cool. Nö, die wollen halt nicht. Haben die ausgerüstet. Schalanze. Ja gut, rein theoretisch kann Ludi bestimmt besiegen. Na, alle dackeln wieder hier rum. Das große Dackeln. Geht da, der Vorlauf. Können wir uns hier sogar ein bisschen aufteilen. Ich glaube, die Tür ist einhüber, ne? Die ist hier. Sieht ein bisschen seltsam mit dem Teil aus. Aber ja, das Tür ist hier. Und diesmal und wir wollen auch dazu. Na ja, ich kann nur mal eben im Vorbeigehen besiegen. Dann sind die schon mal weg. Na, davor noch ein paar EP. Mein R hier bewegt sich eigentlich. Wir müssen nur den Thron einnehmen. Wäre halt ziemlich blöd, wenn er sich bewegen würde. Dann wäre der Thron ganz still eingenommen. Oh, ganz langsam hinterher. Vor allem, wie die da auch einfach warten, abgeschossen zu werden, ne? Also viel Mühe gibt sich die Kaida nicht. Also wenn ich Game Designer hier gewesen wäre, hätte ich den Rittern ganz viel Magie gegeben oder ganz viel Resistenz gegeben, damit man die nicht so abknallen kann. Oh je, das sollte man vielleicht überlassen. Gut, wir holen Lu noch eben dran, dass wir mit denen noch was einsetzen können. Dann machen wir hier gleich auf. Muss man den Öffner direkt davor benutzen? Oh, sie hat ihn ja noch gar nicht, höhö. So. Kann sich da hinstellen für den Öffner. Das gibt doch schon ein bisschen mehr, Epile. Da hat man den nur dreimal. Der hat halt auch eine blöde Reichweite. Hier, Reichweite 1 bis 2. Ich wünsche, der hätte mehr. Schade, sie kriegt hier keinen Kill. Aber das ist relativ safe hier. Und ein weiteres Server für Shana. Wow. Fehlt die mir viel und hat sie Speed gecappt. Was fehlt ihr denn? Sechs. Du kommst nicht rein, verdammt. Puffball hast du auch nicht. Kann... Ach, Volt kann ihr ihnen vorschwächen. Perfekt. Dann ist das für Sue auch ein bisschen sicherer, sich da reinzustellen, wenn sie kein Konter einstecken muss. Hier kommt sie halt leider nicht hin. Sie muss da stehen. Und wieder hat sie Level Up. Tja, also wenn sie halt so weitermacht, könnte sie halt wirklich noch einen KP-Punkt kriegen. So, wenn das so weitergeht, ist sie halt wirklich gleich auf mit Volt, wenn KP-technisch. So halt, jetzt sind die nur noch ein Level auseinander. Jetzt hat sie einen Stärkepunkt mehr, zwei Fähigkeitspunkte mehr, drei Geschwindigkeitspunkte mehr, zwei Glückspunkte mehr und einfach... Sie ist halt jetzt von den Werten her bis auf KP, wo sie nur einen Punkt schlechter ist, genauso gut wie Volt. Und wir hatten jetzt nicht wirklich Pech mit ihm. Du brauchst halt zwar ein bisschen Babysitting, aber sie wird so ziemlich in allen Belangen besser sein als er. Ja, wir werden nicht verändern können, dass er hier gleich auf Sue geht. Aber wir können ihn vorschwächen. Und dann eben. Und Level Up für Lens. Hoffentlich kriegt er mal ein bisschen Stärke. Das würde ihm ganz gut tun. Nö. Immer in Speed und Verteidigung. Juff. Ja, ich schätze, das wird ein Job für Shanna werden. Wie müsste er das eigentlich hinkriegen? So, er wird gleich auf Sue gehen. Das lässt sich auch nicht verhindern. Oh, das ist auch nicht so das Wildeste. So, sie müssen jetzt zwei, also vier machen. Sie müssen noch irgendwie vier abziehen. Perfekt. Ich meine halt, dass sie so viel EP kriegt, liegt halt nur daran, dass sie so super unterlevelt ist. Ich meine, hier, der ist schon auf neun. Aber halt, Sue kann jetzt schon so gut mithalten. Was meint ihr, wie das halt erst wird, wenn sie Level gleich ist? Wow. Also, Clarine hat jetzt nicht so das Glück mit den Level Ups, ne? Ich weiß halt noch nicht, ob ich Ellen längerfristig im Team behalte. So, schauen wir mal, was sich hinter dieser Typ befindet. Noch mehr Thronen zum Aufmachen, sehr schön. Dann haben wir noch die zwei. Das hier ist auch so ein Verstärkungszimmer wie das da. Das heißt, nur noch hier können Thronen drin sein. Oder Gegner. Gegner sind wir natürlich lieber, wenn wir da noch ein bisschen EP zusammen kriegen. Oh, Lou fällt ganz schön zurück. So, Chad, stürz dich ins Getümmel. Oh, ne Meisteraxe. So, was haben wir hier? Noch mehr Thronen, wie schön. Tja, das heißt, wir werden noch ein paar Züge brauchen, bis wir hier durch sind. Wir haben ja hier noch die Thronen. Hier dürfte eigentlich keine Verstärkung mehr nachspawn, weil wir das Dach noch nicht aufgemacht haben. Mal gucken. Halt nachgucken würde ich halt schon gern, ob da noch was nachspawn. Dann können wir vielleicht noch ein paar EP abkassieren. Aber ich glaube, wir hatten auch ziemlich viel Glück mit Zeus-Level-Ups halt, was die KP vor allen Dingen angeht. Wie gesagt, sie hatte bis jetzt immer einen KP-Level-Up. Das ist ziemlich gut. Weil halt in den Advanced-Teilen ist es halt sowieso, dass die KP-Wachstumswerte relativ hoch sind. Also lohnt es sich halt schon, sie nachzutrainieren. Wie weit ist sie denn jetzt so? Leveltechnisch, wie stehen wir denn da? Also neun ist das höchste, gut. Ja, sie ist halt noch ganz weit hinten. So, man merkt halt, dass wir halt hier unseren Core haben, den wir benutzen. Und der Rest hoppelt so ein bisschen daher. Also Wade ist hier halt ganz nützlich, weil es hier so viele Lanzen-Kämpfer gibt. Halt Soul haben wir halt nur mit, weil wir ihn mitnehmen mussten. Und da wollt werden wir dann auch gegen Sue austauschen. Und Chat haben wir halt auch nur mit, weil, naja, der Deep-Hart hier ist und es viel drum geht. Aber gut, wir machen an der Stelle erstmal eine kurze Pause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao! Bis zum nächsten Mal.